Musik Hallo und herzlich willkommen bei Hautnah. Mein heutiger Studiogast ist einer der bekanntesten Immobilienmakler Tirols. Seine Objekte erstrecken sich von der 5 Millionen Villa bis zur Gassonier. Auf was er persönlich Wert legt beim Wohnen, das wird er uns heute erzählen. Heute ist er bei uns. Herzlich willkommen, Peter Jennewein. Ich bedanke mich für die herzliche Einladung zu dieser Sendung, auch für die Vorschusslerwerden und freue mich auf ein gemütliches und angenehmes Gespräch. Herr Jennewein, 2008 war ja die Krise im Immobilienbereich in Amerika. Hat diese Krise uns auch ein bisschen mit Ausläufern gestriffen, kann man das so sagen, in Tirol? Ja, meine persönliche Meinung ist die, wir sind an und für sich als Immobilienmakler, die in dem gut profitiert davon haben. Die ganzen Anlegerimmobilien werden gut gekauft, auch das hochpreisige Segment. Die mittelpreisigen Immobilien, ich sage jetzt einmal so das Segment von 250.000 bis um die 300.000, 50.000, da sind schon Einbrüche verzeichnet, weil zum Teil diejenigen Leute, die diese Immobilie kaufen wollen, aufgrund der Restriktivität auch der Bank und an mangelnden Eigenmitteln nicht mehr so kauffähig sind. Aber sonst ist die Immobilienbranche sehr gut und wir verkaufen auch sehr erfolgreich unsere Immobilien. Jetzt ist ja in Tirol aus Platzgründen eben leider wenig Platz vorhanden, ist irgendwann einmal erschöpft. Das Eigenheim, ist das eigentlich noch etwas, was sich jeder Mann oder jede Frau leisten kann, wenn er will? Eigentlich gar nicht mehr, oder? Das ist ja eigentlich schon etwas Luxus. Es ist richtig. Wir haben sehr viele Immobiliensuchende, natürlich ist der Wunsch von sehr vielen Leuten eigenes Heim, eigenes Haus und so weiter. Und natürlich aufgrund unserer Topografie, aufgrund unserer Dallage haben wir begrenzte Grundstücksressourcen und dadurch entwickeln sich auch die Kaufpreise und Quadratmeterpreise der Baugrundstücke in solche Höhen und dementsprechend natürlich auch der Quadratmeter der Wohnnutzfläche, die dann schlussendlich wieder vom Käufer bezahlt werden müssen. Jetzt behaupten ja böse Zungen, dass Immobilienmakler so ein bisschen Schlitzohren sind. Was halten Sie da dagegen? Naja, da könnte ich jetzt eine lange Geschichte erzählen. Wir versuchen korrekt und gut zu arbeiten, sind bemüht, wirklich die Wünsche der Kunden zu erfüllen. Und natürlich ist oft einmal, und da muss man sich der Immobilienmakler auch bei den eigenen Ohren nehmen, oft einmal gelingt es dem Immobilienmakler nicht, eine ganz klare Beauftragung in Form eines Alleinvermittlungsauftrages zu bekommen. Somit ist er gezwungen, einen schlichten Maklervertrag abzuschließen. Und somit ist wieder Tür und Tor geöffnet für irgendwelche Möglichkeiten vom Kunden, den Makler irgendwo zu umgehen. Und schlussendlich ist aber dann immer der Makler der Böse, auch wenn oft einmal auch die Kunden schon nicht ganz korrekt handeln. Da muss ich also schon meine Kollegen in Schutz nehmen. Natürlich, überall gibt es ein paar schwarze Schafe dabei, aber ich kann sagen, mit den Leuten, mit denen ich zusammenarbeite und für die Maklerkollegen, zu denen ich spreche, kann ich sagen, das sind alles korrekte und gute Leute. Und versuchen auch das Image der Immobilienmakler so darzustellen, wie unsere professionelle Arbeit sein sollte und auch unser Wunsch ist. Braucht die Immobilienbranche sozusagen ein bisschen Facelifting in diese Richtung hin? Die guten Firmen, die korrekten Makler, die einfach dementsprechende Qualität auch abliefern und den Kunden zufriedenstellen, die werden weiterhin am Markt bestehen und die anderen, das ist eine Regulierung vom Markt und eine normale Selektion, wird da stattfinden. Auch in der Immobilienbranche gibt es ja das nahezu nicht verkäufliche Objekt. Gibt es eine so in Ihrer Laufbahn, ein Objekt, was ziemlich schräg war oder unverkäuflich und dann doch, was Sie dann doch an den Mann oder die Frau gebracht haben? Gibt es da Beispiele? Da fällt mir ein ganz nettes Beispiel ein. Ich habe anlässlich eines Heringsschmauses von meinem Tischnachbarn sein Grundstück verkaufen sollen. Eine sogenannte Fahnenbarzeile, das heißt die Barzeile ist 200 Meter lang gewesen und 20 Meter breit. Und das ist ein Streudorf im hintersten Winkel von Niederösterreich. Ich habe redlich versucht, diese Immobilie zu verkaufen über eineinhalb Jahre. Nach einem halben Jahr hat sich einmal jemand gemeldet und hat gefragt, ob ich diese Immobilie noch habe und ob der Preis verhandlungsfähig wäre. Da habe ich mir meint, nein, diese Immobilie hat eben diesen bestimmten Preis und diesen Preis werden wir auch lukrieren können. Schlussendlich über eineinhalb Jahre habe ich diese Immobilie nicht verkaufen können. Und nach eineinhalb Jahren bekomme ich wieder einen Anruf, ob ich diese Immobilie noch habe. Selbstverständlich habe ich diese Immobilie. Aber ich glaube, in nächster Zeit wird sie verkauft werden. Und daraufhin ist der Kaufinteressent dann sofort zu mir nach Tirol gekommen, hat ein Kaufangebot, ein verbindliches unterschrieben. Und dann habe ich ihn gefragt, was machen Sie mit dieser Immobilie? Und er hat gesagt, ja, wissen Sie, ich bin Rennhundezüchter und das ist ein geeignetes Objekt. Ich lasse meine Rennhunde den ganzen Tag 200 Meter hinauf und hinunter laufen. Und das ist der berühmte Deckel auf dem Topf. Können Sie sich jetzt noch an die Wohnung erinnern, in der Sie aufgewachsen sind? Ja, natürlich, ja. Wo war das? Meine Eltern stammen an und für sich von Mühlau und von St. Nikolaus, auf gut Tirolerisch oder gut Innsbruckerisch-Kradlacken. Und sind dann 1964 anlässlich der ersten Olympiade, haben sie dann eine Wohnung im Olympischen Dorf bekommen. Und dort bin ich dann als Sechsjähriger aufgewachsen, da waren natürlich weit und breit die Felder und innen, das war ein Eldorado für junge Buben, zum Baumhütten bauen und mit dem Mopper da umeinander, fahren dann in späterer Zeit und so weiter. Und war eine tolle Zeit, die man mehr oder weniger in der freien Natur auch genossen hat. Wir sind dann vom Olympischen Dorf auf bis hin zum Wald, Arzl und so weiter. Und das war unser Revier. Das war noch nicht so eingeschränkt durch die ganzen Straßen wie heute. Wie Sie jetzt leben, das schauen wir uns kurz an, denn wir haben Sie daheim besucht. Die Wohnung ist für mich ein Ort der Geborgenheit, ein Ort der Gemütlichkeit. Die Bilder, die ich bei mir hängen habe von meinen Hobbys, von meinen Kindern, erinnern mich an schöne Zeiten, an die Erlebnisse, die ich habe. Auch ein Ort, wo ich mal komplett entspannen kann oder auch wo ich Gäste einlade. Ich lade sehr gerne Gäste ein, wo man gemütlich beieinander sitzt. Wenn ich dann am Wochenende Zeit habe mit meinen Lieben, mit meinen Kindern, mit meiner Partnerin, dann nehmen wir uns schon die Zeit, dass wir gemeinsam was kochen, gemeinsam beim Kochen plaudern, was war in der ganzen Woche, was war am Tag. Wir sitzen uns dann gemütlich hin und das Ganze geht dann weiter in einem angenehmen Gespräch, trinken ein kurzes Glas Wein dazu. Das Kochen ist für mich, wenn man jetzt absieht von der Zeit als Junggeselle, wo man die ganze Woche Kartoffelpüree und Rührei macht, abgesehen von dieser Zeit, ist für mich das Kochen eine kommunikative Tätigkeit und auch eine schöne kulinarische Geschichte, die man gemeinsam mit Freunden machen kann oder auch Freunde, die man eingeladen hat, ihnen was Besonderes oder was Gutes zu kredenzen. Ich bin ein gewissenhafter und leidenschaftlicher Jäger und das Erlegen von einem Wild, das hört nicht auf bei dem Schuss, sondern es gehört dazu, dass man das Wild richtig versorgt, auch das Wild dann aufbereitet, küchengerecht zubereitet und dann spezielle Gusserstöckeln einfach den Gästen oder der Familie präsentiert, kommunikativ dann zusammensetzt und das Ganze dann bei einem gemütlichen Abendessen auch genießen kann. Nach einem stressigen Tag bin ich meistens dann so müde, dass ich noch ganz schnell irgendeine Kleinigkeit isse und dann spätestens bei den ersten drei Seiten von einem Buch schlafe ich schon weg. Ja, was auffällt, in Ihrer Wohnung sind die Trophäen, da kommt so ein bisschen der Kinderwunsch durch, der Berufswunsch als Kind, oder? So der Jäger. Warum jagen Sie? Es ist tatsächlich so. Als junger Bursch, Kind, ob das die Daktari-Filme waren oder Königsalermons, Diamanten, die ganzen Afrika-Filme, haben mich dazumal schon begeistert. Und ich habe mir immer gedacht, irgendwann möchte ich auch mal Afrika und Busch und Jagd. Das hat mich immer schon fasziniert. Und ich habe mir nicht geglaubt, dass sich das in meinem Leben noch ausgeht, dass ich tatsächlich die Möglichkeit bekomme, in Afrika zu jagen. Wobei, die Jagd und das Schießen steht nicht im Vordergrund. Keine Ahnung dazu. Das ist so das ganze Drumherum, das Abenteuer vielleicht. Ganz richtig. Das ist die Atmosphäre, die Stimmung, die Weite, die Sonnenuntergänge. Das ist Atmosphäre, das kann man nicht erzählen. Es gibt den Ausdruck, infiziert von Bacillus africanus. Und ich bin der Meinung, dass es gibt, wenn jemand einmal diese Weite von Afrika und das genossen hat, ist es in den meisten Fällen so, dass man das öfter wieder macht und auch haben will. Und meine Freunde haben mir auch die Möglichkeit gegeben, weil schon Schwede ist und für sich ein sehr teures Hobby. Aber so, wenn einem die Freunde da ein bisschen die Möglichkeit geben, ist das schon ein leistbares Hobby. Da kommen wir jetzt zur nächsten Frage. Sie gehen auf Großwildsafaris fahren, auch luxuriöse Autos. Ist für Sie Luxus lebenswichtig? Brauchen Sie da so einen gewissen Level an Luxus? Man verbringt auch relativ viel Zeit, wobei Luxusautos möchte ich ein bisschen differenzieren. Ein Auto für schön, wo man die Familie, die Partnerin ausführen kann, auch wo man natürlich halt eine längere Fahrt macht, wo man luxuriös und vor allem auch sicher fahren kann. Und das andere ist, siehe Daktari, der Land Rover Defender, das ist ein Arbeitsgerät, wo man hinten Müll hineinwerfen kann oder Vorräder. Das ist ein Arbeitsstier, ein Traktor, ein Lautes, mit dem kann man natürlich nicht weit fahren, aber für die groben Einsätze ist der sehr gut geeignet. Das sind meine zwei Luxusfahrzeuge. Könnten Sie auf Luxus auch verzichten, wenn es sein müsste? Und auf was würden Sie dann verzichten? Ich habe eine Jagd, ja. Da braucht man gar nichts, außer... Außer Quer, Wasser und viel Zeit. Familie ist ja auch ein großes Thema bei Ihnen. Wir haben es im Film gesehen, Ihre Lebenspartnerin, die Frau Johanna Benz, die hat ja auch ein Kind mit in die Beziehung gebracht, Sie auch zwei. Es ist so eine gewisse Batchwork-Family, kann man sagen. Funktioniert das prächtig oder gibt es da doch ein oder andere Reibereien? Kann man sagen. Es funktioniert im Großen und Ganzen natürlich. Meine tolle Partnerin hat noch einen kleinen Sohn, der ist zehn Jahre alt. Und meine Kinder sind 16 und 18 Jahre. Und natürlich, meine Kinder sind anders aufgewachsen mit dem Vater. Da ist der junge Sohn von der Frau Benz, der ist wieder ein bisschen anders aufgewachsen. Und wir haben schon ein gewisses Alter. Und in diesen eingefahrenen Lebensweisen und so weiter hat jeder seine eigene Vorstellung und jeder seine eigenen Erfahrungswerte. Und trotzdem ist es eine interessante Aufgabe, eben das auf einen Männer zu bringen und eine harmonische Batchwork-Familie auch dort rund und harmonisch funktionieren zu lassen. Und mit allen Wünschen von allen Beteiligten in einer so einer Familie. Wenn wir jetzt noch einen kurzen Blick in die Glaskugel werfen, in die Zukunft der Immobilienbranche, wo wird es hingehen? Wir müssen uns vom ganzen Immobilienmaklermarkt irgendwo abheben. Besondere Objekte, besondere Mitarbeiter. Besondere Mitarbeiter, das heißt, die wirklich am Puls der Immobilie sind. Die sich um die Wünsche der Kunden kümmern. Nicht nur Exposés verschicken oder global über die Wünsche und auch Themen oder Anregungen von Kunden darüber hinweg arbeiten, sondern wirklich, ich sehe uns, und das uns heißt, ich und meine Mitarbeiter, als Problemlöser. Als Dienstleister am Kunden und nur so kann man über lange Zeit dem Kunden wirklich Immobilien, die ja ein Grundbedürfnis sind, für den Menschen zu verkaufen, mit denen er sehr langfristig eine Freude hat. Und für das traue ich mich auch ohne weiteres ein Honorar zu verlangen. Eine gute Arbeit kann auch ein gutes Honorar kosten. Dann wünsche ich auf jeden Fall alles Gute für die Zukunft. Für Sie noch ein kleines Geschenk, immer gedacht passend, zu Ihrer Kochschürze. Eine kleine Mafia-Geschichte, ein Grimmi. Für Sie alles Liebe. Danke fürs Dabeisein. Frau Walli, herzlichen Dank für dieses angenehme Gespräch und für dieses Geschenk. Gerne. Bei Ihnen darf ich mich auch recht herzlich bedanken. Ich freue mich auf ein Wiedersehen, wenn es wieder heißt Hautnah. Bis dahin, alles Liebe. 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 Bis dahin, alles Liebe.